Auf geht's zum 16. Lilla Logistik Charity Bike Cup. Anfang Oktober radeln wir wieder für eine gute Sache. Die Erlöse, die dort erzielt werden, kommen gezielt regionalen Hilfsprojekten, die sich um kranke, behinderte und sozial benachteiligte Kinder kümmern, zugute. Aus diesem Grund bin ich in diesem Jahr auch wieder gerne dabei. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Ich freue mich auf euch.